Ja, wieder mal ein gemütlicher Montag, beziehungsweise auch ein kühler Montag. Es ist halt wieder ganz ganz herrlich. Ich bin gerade in einem Steppen. Und es freut mich immer wieder, dass ich meine Freizeit aktiv und konstruktiv benutze. Und ja, somit bleibt mir nichts anderes zu wünschen übrig. Einen schönen Montag. Und ja, mir geht es denn umentsprechend besser, gut, wie auch das Ganze. Und es ist mittlerweile fährt ein Real Chat ein. Und ich wünsche dir noch was. Ich fahr denisiere mich. Tschüss.